Ich bin ja schon da. Hab keine Angst. So, hier wurde auch schon schön rumgeballert. Wunderbar. Das wird eigentlich ein bisschen ruhig. Spinnt ihr eigentlich? Wieso knallt ihr eigentlich auf die Polizei? Aber habt ihr gar keinen Respekt mehr? So. Gibt es hier irgendwas zu sehen? Oh. Kann ich den wie scannen? Nein. Kann ich nicht. Wo hat er Kitty? So, warte, ich muss jetzt gehen. Was gibt es hier? Er hat sie gerade gepoliert. Oh, ich bin nicht da. Ich muss wahrscheinlich die ganzen Penner mehr scannen. Die ganzen blöden Penner. Ja, wo seid ihr denn alle? Ah, da hinten. Mein Freund. Jetzt habe ich dich. So. So. Was gilt es hier zu scannen? Keine Ahnung. Ich werde jetzt erst einmal... Ups. Scheiße. Ich wollte eigentlich... Ja. Es ist schon spät mal eh. Aber wenn wir doch ehrlich sind, wäre es früher oder später eh so... Hätte es eh so geendet, wie es jetzt noch endet. Ich will sagen, wenn du Polizei schießt, der braucht sich nicht immer noch, wenn er erschossen wird, ne? So, Schlüssel jetzt. Überhin. Komm her. Und lasse dich... Einmal schießen. So. Du legst ja noch. Spinnst du eigentlich. So. So. So ein bisschen Muni ein. Sagen wir mal, mal, mal. Schöne Rundfüße. Jetzt kann ich hier gerade scannen. Ah, hier. Ich bin nämlich hier oben. Das sieht man nämlich die Zahl. Ich bin nämlich, glaube ich, ganz in der Null. Von irgendetwas, was ich scannen kann. 2 Meter. Ja, ja, ja. Vielleicht hier. Nein. Eventuell mehr. Hier. Nein. Auch nicht. Oh Scheiße, da sind ja noch ein paar Ausgaben hier oben. Die habe ich ja gar nicht gemerkt. Ja, keine Ahnung, was ich hier noch scannen kann. Was ist hier bei dir? Nee. Ich glaube, das Ding will mich verarschen. Je nachdem, ich werde jetzt weitergehen. Ja. Ja. Ich glaube, dieses blaue Ding bei der Null-Gerand ist. Wie hier ist. Hier langer Arsch, glaube ich. Das ist wieder eine schöne Ausrüstung. Das gefällt mir gar nicht. Das bedeutet, dass jetzt bestimmt gleich irgendein Penalty kommt. Aber das sieht eigentlich alles soweit ganz gut aus hier. Hier noch irgendwas zu scannen. Oh, jawohl. Jawohl. Schöne Finger abschicken. Beweis ansichern. Alles klar. Weiter geht's. So. Jetzt muss ich... Kann ich nicht durch? Nein. Wo ist denn der Typ eigentlich? Ich schließe quasi irgendwo in der Wand. Da muss ich doch... Ah, dann... Da hinten. Das heißt, ich muss... Jetzt hier durchschreiten wahrscheinlich. Jawoll. Gut. Da oben ist er auch. Ich hab ihn gesehen. Und ihr wahrscheinlich auch. So, mein Freund. So nicht. Man schlägt keine anderen. Was ist der? Komm, wir schliess im Bett irgendwas, was ich drüber ist. Oh. Du armer kleiner Mensch. Hast du Angst? Hast du Angst? Guck mal. Oh. Oh, Gott. Okay. Ich lasse ich. Ja, ja. Ist okay. Ich mach das schon weg. Oh, Gott. Ähm. Ich hab jetzt keine Ahnung, ob sie alle töten sollen oder ob es halt für die Tumse herrscht. Wie schlimm's? So. Wo ist der denn hin, der Teller? Wo ist der hin? Wo ist das Arschloch? Ah, da! Da rennt er ja. Hey, komm zurück! Shit! Oh, die blöden Wichser. Bleib zu viel, aber die Blöden auch noch. Scheiße! Schön, ich bin perfekt im Schuss bereits mit dem Auslöger. Ich muss eigentlich nicht diese blöde Pussy, wenn ich's mal einer sagen. Ich habe einen Auslöger. Oh, das ist ja auch ein Auslöger. Also, das ist ja auch ein Auslöger. Ach! Kappie! Kappie! Ich leid mich nicht so würde, ich würde mich nicht so sch 我想 doch noch mehr weg Ah! Oh! Oh Gott! Blöder! Fisser! Echt? So! So. Schweine. Was mach ich mir so gar nicht gewöhnen? Kassier. Ich liege auf. Da drüben. Wo ist meine Freundin? Im Arsch der Welt ist der scheißegal, so wie er ist. So, die Arschlöcher. Ich hab mich fast umgebracht. Keine Ahnung. Wo ist das Schwein jetzt hin? Oh, ich muss echt aufpassen, dass man nicht auszusehen. Unschuldig, der erschießt. So. So. So ein blödes Schwein. Ja, ja, ja. Ja, irgendwie ist gut. Ich vertraue dem ganzen nicht. Oh. Oh toll. Immer diese blöde Verhaftereien. Und seine erschießen sie mich sowieso. Oh je, oh je, oh je, oh je. Wie mach ich denn das jetzt am besten? Wenn ich den jetzt verhafte, dann sehen sie bestimmt wieder alle. So. Mal schnell. Komm. So. Hier sind auch zwei, sehe ich gerade. So. 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 Oh, was geht denn hier ab? Oh, Hallöchen. Was hast du denn noch zu bieten? Wie kommen? Ich bin ja bei der Arbeit. Dafür, dass das dein Gästeverrat ist, bist du ziemlich gesprächig. Hey! Kai! Und kein verdammtes Fortwillen. Kai! Hör auf! Oder sonst was! � Kapiert! Kai! Was soll der Scheiß? Die halbe Unterwelt von Miami schießt auf uns und du zerlegst Leo? Was zum Teufel soll das? Haben wir zwei etwa ein Problem? Das Hotel ist voller toter Drogendealer. Das ist das Problem. Leo braucht Schutz. Dann ist ja alles klar. Er sieht übel aus. Dann hilf du doch dem Penner auf die Beine! Hey, du hast ihn so zugerichtet. Los, hoch in die Tür! Shit. Komm, Bewegung. Okay, ich komme, wohin du aufwählst. Und Justin, du hast also Schutz. Was zur Hölle ist das? Du kannst ihn später verhören, Mendoza. Wir müssen los. Hey, Detective. Nimm du sie. So, ich denke mal, die sind aggressiv. Mal sind sie nicht. Aber ich bin eher so Schlachtel lieber, als dass ich hier jetzt die ganz, so wie Tenshu, Hitmen, so strategisch vorgehe und die alle gehaften. Das mag ja ganz lustig sein, aber ich schlachte immer lieber. Jetzt haben sie mich eh schon gesehen. Kommt alle hoch, bin hier oben, blablablabla. Ganz ruhig ums. Ganz ruhig. Ganz ruhig hier. Alles wird gut. Kommt nur schön die Treppen hoch, kommt nur schön die Treppen hoch, damit ich euch alle einzeln wunderschön erschießen kann. Da ist ja schon eine Ratte. Kommt nicht bestimmt gleich hin. Oder Ratzel. Ist ja mal nicht so frech hier. Und hier sind auch noch ein paar Penner gekommen. Irgendwie nicht. So, da ist noch einer. Kommt hier grad glaube ich rein. Was geht denn da draußen eigentlich vor sich? Kommt noch einer rein? Ja, wunderbar. Willkommen. Da kommt noch einer rein. Wunderbar. Ich hoffe, da kommen sie wieder in die Spiel. Scheiße. Arschlepp. Scheiße, ist leer. Oh mein, mein Baby ist leer. Ganz ruhig, Arschlepp. Ganz ruhig. Dann schon das nächste Arschlepp. So. Ist jetzt Ruhe im Kopf? Ah ne, da ist, da will noch einer. So. Jetzt mit ihm in den Truck aufgehts. Ich brauche noch ein bisschen Money. Die werde ich jetzt noch einsammeln auf dem Weg. Das sind so die ganzen Leichen hier eigentlich. Hm, was haben wir denn eigentlich noch? Geil. Nee, ich weiß nicht. Nicht wie wir die. So. Keiner meine Money. Was ist los? Doch ein bisschen. Ah, hier. Noch darüber, bitte. Was gibt's denn hier zum Scannen? Ich glaube, ich bin im Scannen echt schlecht. Scannen-Faul nennt man so was. Ach, hier muss auch was drin sein. Scannen-Faul bin ich. Ja, wo ist hier was? Wo ist hier was? Das hat doch gerade angeschlagen. Ja. Das mache ich hier auch mal. Vielen Dank.